Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. In dem heutigen Video möchte ich dir eine Klezmer-Spieltechnik vorstellen, die einen ganz spannenden Effekt auf den Ton hat, und zwar das Singen, während du spielst. Auch das ist ein Video-Wunsch, der in meiner Gruppe geäußert wurde. Und wenn du auch Lust hast, meine YouTube-Videos mit zu beeinflussen und auch noch im Austausch mit Gleichgesinnten zu sein und auch so noch Tipps und Tricks und sowas zu erhalten, dann komm gerne auch in meine Gruppe Jessicas Klarinettenoase. Den Link findest du in der Beschreibungsbox. So, jetzt lass uns aber loslegen. So klingt es, wenn ich singe und gleichzeitig spiele. Ich habe jetzt keine spezielle Melodie gesungen, sondern nur einen Ton ausgehalten beim Singen. So, worauf kommt es denn jetzt an? Also, wichtig ist, dass wir trotzdem genug Luft bringen, damit das Blatt schwingen kann. Das heißt, wenn wir jetzt singen, muss die Luft trotzdem schnell fließen können. Und jetzt möchte ich, dass du als allererstes ausprobierst, ob du singen kannst und trotzdem Luft geben kannst. Du kannst auch nachfühlen, kommt hier wirklich Luft raus. Und kommt sie auch schnell raus oder fängst du an zu hauchen? Das ist nämlich Hauchen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Luft trotzdem schnell fließt. Und dann, wenn wir das können und die Luft eine Form hat und wir gleichzeitig singen können, dann ist der nächste Step, das auf das Instrument zu übertragen. Und da, also das ist im Prinzip, wie du singen kannst und gleichzeitig einen Ton spielen kannst. Wichtig ist jetzt aber auch, dass du natürlich das nicht nur auf einem Ton übst, sondern auf der ganzen Range von der Klarinette, aber auch, dass du übst, dass du das jederzeit an- und ausschalten kannst. Das müsste ich jetzt auch üben, aber ich kann dir zeigen, was du, wie du das schaffen kannst. Und zwar, du gibst erstmal Luft und dann stellst du irgendwann die Stimme ein. Und achtest darauf, dass trotzdem die Luft schnell fließt. Und das ist sehr, sehr anstrengend, kann ich dir sagen. Mach das einfach ein paar Mal. Das ist quasi die Vorübung. Und danach darfst du das auf dein Instrument übertragen. Wie du jetzt gehört hast, habe ich zuerst mit der Stimme angefangen zu singen und dann den Ton klar, also wieder nur Ton gemacht und dann wieder angestellt, dass es am Anfang so leicht war zu üben, dass du erst mal das Gefühl hast, wie fühlt es sich an, wenn ich singe und dann zu wechseln in ich singe nicht und dann wieder zu wechseln, ich singe und dann immer abwechselnd. Das braucht natürlich viel Übung. Für mich ist das auch schwierig, weil ich tatsächlich nicht so viele Klesma-Techniken hier übe, aber hier ein kleiner Einblick, wie du das lernen kannst, auch wenn ich es nicht perfekt kann, weil letztendlich ist eine Übungssache. Also nochmal zusammengefasst, erster Schritt, du übst gleichzeitig Luft zu geben mit Stimme. Wenn du das kannst, überträgst du das auf die Klarinette. Das ist natürlich nicht so leicht, weil du dann halt auch einen Widerstand hast, den du, wenn du das ohne Klarinette übst, nicht hast. Aber das wirst du dann nach einer Zeit auch rausfinden. So, und dann ist der nächste Step, das dann auf verschiedenen Tönen natürlich zu üben, aber auch ein- und auszuschalten, weil in der Musik möchtest du das ja jederzeit ein- und ausschalten können. Das heißt, dann übst du das auch erst mal wieder nur auf Luft, dass du erst mal das Prinzip verstehst, wie kannst du viel Luft geben und schnelle Luft vor allem, auch wenn du jetzt singst dabei. Und danach überträgst du das auf die Klarinette. Hier mein Tipp, erst mit dem Singen anzufangen und dann auszustellen und dann wieder einzustellen und das dann halt einfach zu experimentieren. Und wenn du das in dieser Richtung gut kannst, dann kannst du es natürlich auch andersrum probieren, dass du dann erst anfängst mit dem Ton und dann die Stimme hinzunimmst. Das braucht allerdings viel Übung und viel in dich rein spüren und viel experimentieren. Und wenn du das gemeistert hast, dann ist der nächste Step, dass du das dann in die Musik natürlich einbindest und an den Stellen übst, wo du diese Technik anwenden möchtest. Und wenn dir jetzt meine Art gefällt, wie ich die Sachen auseinandernehme und sie erkläre, dann schau in die Infobox und arbeite mit mir zusammen, denn ich habe sehr, sehr viele coole Sachen für dich, die du von mir lernen kannst und natürlich alles in ein System gepackt, sodass du das wirklich mit Leichtigkeit lernen kannst und genau weißt, was die Schritte sind, um das zu erreichen, was du dir wünschst. Also ab in die Infobox, schauen, wie du mit mir zusammenkommen kannst. Und bis dahin viel Spaß beim Experimentieren, Ausprobieren und Üben.